Stellt euch vor, ihr habt Geld. Nicht 50 Euro oder so. Viel Geld. Also richtig viel Geld. So 100.000 Euro vielleicht. Oder eine Million. Oder sogar 10 Millionen. Oder sagen wir exakt 848.590.560 Euro. Das heißt, so genau könnten wir das dann gar nicht mehr beziffern, weil wenn ihr so viel Geld hättet, würde es in jeder Minute mehr werden. Einfach so. Ohne irgendwas dafür zu tun. Nicht im Traum kann man sich das vorstellen. Und dann ist es passiert. Untertitelung des ZDF, 2020